Die Rufe nach dem Rückzug aus Öl und Gas wurden zuletzt immer lauter. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine führt vor Augen, dass der Umbau des Energiesystems von fossil auf erneuerbar noch rascher passieren muss, als aus Klimagründen ohnehin nötig ist. Denn Europa will schnell unabhängig von russischen Energiequellen werden. Führende Forscherinnen vom Verein Scientists for Future denken, dass der Ausstieg aus Öl und Gas mittelfristig gelingen kann. Laut einer aktuellen Studie der Energieagentur könnte Österreich ab 2027 ohne russisches Gas auskommen. Für die Wiener Umweltökonomin Sigrid Stagl ist der Ausstieg bis dorthin möglich, aber nur mit einer nationalen Kraftanstrengung. Derzeit fahre man nämlich noch mit angezogener Bremse, da es noch viel Widerstand auf politischer Ebene gebe. Mehrere Bundesländer würden sich etwa gegen zusätzliche Flächen für Windkraft stemmen. Die Substitution von Öl auf der anderen Seite ist in Österreich deutlich einfacher als in anderen Ländern. Österreich bezog bisher nämlich nur rund 7% seines Ölbedarfs aus Russland. Dieser könnte rasch aus anderen Quellen ersetzt werden, so Stagl. Deutlich komplexer ist die Situation für Gas, bei dem Österreich nach wie vor stark abhängig von Russland ist. Als Übergangslösung für den Ersatz von russischem Erdgas wird oft Flüssigerdgas mittels LNG-Terminals ins Spiel gebracht. Doch laut Stagl sollte keinesfalls in neue Strukturen für fossile Energien, wie etwa LNG-Terminals, investiert werden, da diese nur neue Abhängigkeiten schaffen würden. Vielmehr sollte man auf den Ausbau bestehender Anlagen für erneuerbare Energie setzen, mehr Flächen für Windkraft in allen Bundesländern schaffen, vermehrt auf Biogas und elektrische Wärmepumpen zurückgreifen und eine Ausbildungsoffensive für Fachkräfte im Bereich der erneuerbaren Staaten. Die beste Maßnahme sei aber nach wie vor, Energie zu sparen. Ganz ähnlich sieht das die Energieökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ihrer Meinung nach kann Europa die Energieversorgung auch ohne russische Energielieferungen sicherstellen. Dafür braucht es jetzt drei Maßnahmen. Die Diversifikation von Öl- und Gasimporten, Energiesparen und den raschen Ausbau erneuerbarer Energien. Kurzfristig könnten andere Länder wie Norwegen, Niederlande oder Dänemark den Bedarf an Gas decken.